Hallo ihr da draußen an den Empfängnisgeräten. Jetzt sind wir auf der Anreise bei sensationell 9 Grad. Das Tief Lorenzo soll heute Regen bringen. Ich hoffe nicht, dass wir auf dem Feldberg dann noch Schnee haben. Perfekte Bedingungen mit einem 500 PS Allradfahrzeug durch den Schwarzwald zu brettern. Jetzt sind wir hier auf der A81 in einem brummenden Verbrenner, wie ihr hört. Es piekt ständig. Scheiß Spurhalteassistent. Und wenn es was Neues gibt, werde ich mich nachtragen. Ich höre gerade von links. Es sind nur noch 8 Grad. Gott sei Dank haben wir ja Pullis dabei. Der Tesla hat hoffentlich Sitzheizung und eine funktionierende Normalheizung. Werden wir alles ausprobieren. Und wenn wir im Stehstecken bleiben, haben wir halt Pech gehabt. Jetzt sind wir hier im Tesla, Richtung Höchenschwand bei strömendem Regen. Ich versuche mich gerade ein bisschen an das Auto zu gewöhnen. Es ist irgendwie anders als mein Smart, definitiv. Ja, ein bisschen Problem mit dem Gaspedal. Das ist sehr empfindlich. Wenn man da so leicht drauf drückt, schiebt es mächtig nach vorne. Aber das scheint wohl richtig so zu sein. Sonst haben wir eine schöne Einweisung gekriegt. Wir haben eine Vignette gekriegt. Der Kollege vom Autohaus war sich jetzt nicht sicher, ob wir am Supercharger tanken können, weil man da die App irgendwie braucht. Das werden wir dann morgen früh einfach mal probieren, ob das funktioniert. Also ob das nur über die App geht oder einfach übers Auto. Ja, sonst ist das Wetter ein bisschen schittig. Aber wir machen das Beste rauf, fahren jetzt gemütlich hier im Regen ein bisschen rum Richtung Höchenschwand. Da war ich mal in Chur. Kerstin sitzt da und lutscht am Lolli vom Autohaus und hält den Lolli rein. Das Navi muss ich sagen, bin ich noch so ein bisschen nicht so richtig sicher, ob ich das gut finde, weil ich bin diese Pfeile gewöhnt und das ist ja so eine gute Ansicht da, die sehr schön smooth da agiert. Den Rest haben wir hingekriegt. Sitzheizung funktioniert sehr gut, nicht wahr? Sag was, Lilly? Ja, also wenn man einen Lolli im Mund hat, wird es schwierig. Ja, sonst fährt es sich eigentlich wie ein normales Auto. So, und jetzt melden wir uns dann nachher nochmal aus Höchenschwand. So, wie man jetzt sieht, sind wir fast schon in den Wolken. Das Wetter ist also perfekt. Es ist, keine Ahnung, was haben wir denn? Wie viel Grad draußen? Wo zeigt das Auto einem an, wie graben es ist? Da oben! 7 Grad! Also wir haben, wie man sieht, perfektes Wetter. Ich sehe gar nichts. Wir sind hier Mitte in der Wolke. Ich hoffe mal, wenn wir dann nachher wieder runterfahren Richtung A81, wird es ein bisschen schöner, weil das ist ja Mordsuppe hier. Das macht gar keinen Spaß. Vor allen Dingen für mich so als schlechter Seher. Da sieht man ja gar nicht, wo es hier lang geht. Also Autobahn, die Höchstgeschwindigkeit ausloten wird heute wahrscheinlich auch nichts werden. Ich gehe da auch kein Risiko ein. Ich bin hier allein im Auto. Und bei so einem Wetter fahre ich dann höchstens vielleicht mal 150. Ja, wir melden uns vielleicht wieder, wenn das Wetter mal schöner wird. So, jetzt sind wir auf der Autobahn. Leider hier überall Baustelle. Wir waren bei McDonalds. Lecker futtern. Schmeckt also genauso gut im Tesla wie im Smart. Und ist wahrscheinlich genauso ungesund. Aber wir hatten jetzt irgendwie Hunger. Jetzt geht es erstmal heim. Auf die Mainau vielleicht. Obwohl jetzt die Kröpfels gerade wieder hakt. Da nochmal ein bisschen laden. Akkustand 62 Prozent. Da kommen wir also locker morgen wieder zurück. Ich denke, da brauchen wir gar nicht laden. Durchschnittsverbrauch ist extrem niedrig, weil es hat zwischendrin wirklich mal gegossen ohne Ende. Da waren wir dann mit 80 auf der Landstraße hinter irgendwelchen LKWs. Ich weiß gar nicht, wo der Durchschnittsverbrauch gerade liegt. 15,3. Also muss ich sagen, für ein Auto in der Größe wird es extrem wenig. Wir sind natürlich jetzt auch nicht wirklich schnell gefahren, weil einfach die Wetterbedingungen nicht dafür gemacht sind, jetzt hier mit 150 auf der Autobahn lang zu brezeln. So, jetzt sind wir dann doch mal 200 auf dem Tacho gefahren. Aber ich merke so, bei diesem regnerischen Tralala ist es bei einer Beifahrerin gar nicht ganz so wohl. Beeindruckend ist natürlich, wenn man bei 150 nochmal ins Pedal tritt und wieder dann auf einmal noch los schützt. Also das ist schon wirklich beeindruckend. Aber viel schneller möchte ich bei dem Regenwetter noch nicht fahren, weil ich habe das Ding nur gemietet. Und ich möchte eigentlich auch heil wieder nach Hause kommen. Ich gehe davon aus, dass der auch 250 fährt. Das brauche ich nicht ausprobieren. Das hat dann der Herr mit den gebrauchten Unterhosen schon gemacht. Da bilde ich euch nochmal ein kleines Video ein. Panties. Yes, yes, I know you want it. I have them. Finde ich immer noch sehr, sehr witzig. Jetzt sind wir dann wieder bei 120 Rad auf Zell. Jetzt kommt dann nachher noch die Einfahrt in unsere Garage. Mal gucken, ob ich da die Kamera nochmal laufen lasse. Jetzt ist auch die Reichweite dann schon runter. Geschätzt auf 140, vorher waren es irgendwie 200 irgendwas. Dann fängt dann natürlich schon an, auch die Hörgrad. Man soll langsam mal fahren. Genau. Jetzt machen wir nochmal, das muss ich ganz ehrlich sagen, fällt mir relativ schwer, dieses autonome Fahren da rein. Ich fühle mich da ganz komisch. Er fährt jetzt alleine. Ab und zu muss man mal das Lenkrad wohl bedienen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich fühlt sich das komisch an. Wahrscheinlich fehlt mir da einfach das Vertrauen und wenn man dann mal ein paar Kilometer mit dem Ding so gefahren ist, dann wird das wahrscheinlich total normal sein. Nur jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, der fährt mit mir. Was er natürlich auch tut. Aber es fühlt sich einfach komisch an. Jetzt fängt er so ein wenig an rumzumütteln wegen dem da vorne. Mal gucken, ob er auch selber hier so Spurwechsel fabriziert. Das kann der noch nicht. Oder doch? Ne, das macht er nicht. Ich dachte, irgendeine Version könnte das, dass man dann, wenn er dann blinkt, auch selber die Spur wechselt. Macht er aber nicht. Keine Ahnung, vielleicht mache ich da was falsch. Aber wie gesagt, ich fühle mich da irgendwie sehr komisch. Das Auto fährt mit mir. Oder mit uns. Kerstin, sag mal was. Sie will nicht sprechen. Verstehe ich gar nicht. Achso, Lenkrad rein. So, jetzt ist es wieder raus. Ja, jetzt sind wir dann zu Hause. Ich werde ja nachher in der Garage noch ein kleines Fazit beim Zwischenstand einsprechen. Ich hoffe, dass der Ton überhaupt funktioniert. Oh, sie hat in die Kamera gekümmert. Wir wollten eigentlich noch so ein kleines Greta Thunberg Pappschildchen machen, was sich die ganze Zeit vor das Gesicht hält. Aber das haben wir irgendwie vergessen. Und es gibt wieder Daumen runter von den ganzen Klima-Gollum-Anhängern. Das machen wir dann. So, jetzt ist hier wieder 100. Jetzt nähern wir uns daheim. So, jetzt sitzen wir hier nochmal im Auto. Wir sind wieder daheim in der Garage. Die Einfahrt habe ich natürlich nicht gefilmt, weil das alles viel zu spannend war. Aber es ist relativ eng hier. Da drüben hängen unsere Stand-up-Paddleboards. Da vorne hat es Fahrräder. Und ihr seht, hier drüben ist auch nicht mehr viel Platz. Also, das ist schon ein relativ großes Auto. Und jetzt versuche ich mal so ein bisschen meine persönlichen Eindrucke, die ich heute da gesammelt habe, euch mal irgendwie ein bisschen rüber zu bringen. Fangen wir mit den Sachen an, die mir sehr gut gefallen haben. Gut gefällt mir der Innenraum. Ich muss echt sagen, dieses weiße, das ist jetzt nicht weiße Leder. Es ist ja kein Leder. Es ist irgendwie veganes Leder. Also auf Deutsch Kunststoff. Wirklich sehr, sehr schick. Mir gefällt das total gut mit dieser weißen Leiste hier vorne. Ich mag den schwarzen Innenraum auch gerne. Aber ich mag dieses Holzbrett, was hier vorne ist, überhaupt nicht. Innenraum muss ich sagen, wirklich absolut schick. Stylish. Die Sitze wirklich bequem. Relativ weich. Aber man ist wie in so einem Polster drin. Ich habe auch relativ schnell eine relativ bequeme Sitzposition gefunden. Das Lenkrad ist schön klein. Also ich muss sagen, auch die Verarbeitungsqualität hier innen kann ich jetzt ehrlich nichts dran finden. Also ich finde, das sieht echt ordentlich aus. Hier diese Klappen. Das ist halt so Hochkranzzeug. Das wird wirklich schnell verkratzen. Auch wirklich riesige Ablagen hier unten drin. Auch hier. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Verarbeitung, was da immer so gemeckert wird. Also ich finde, das wirkt für mich ziemlich hochwertig. Auch schön. Ihr seht es leider nicht. Hier oben ist ja alles Glasdach. Also man hat ein sehr, sehr helles Auto. Natürlich mit dem hellen Innenraum wird es nochmal verstärkt. Also ich kenne es vom Smart. Der hat ja oben auch ein Glasdach. Ich muss sagen, das Raumgefühl in dem Auto ist fantastisch. Es ist natürlich auch relativ groß. Ich komme jetzt hier mit ausgestreckter Hand nicht an die Tür. Bin ich natürlich mit meinem Smart auch nicht gewöhnt. Also auch hinter mir oder auf der Rücksitzbank haben also auch größere Leute total Platz. Also der Raumangebot ist wirklich riesig. Ich bin ja ein Kleinautofahrer. Ich hatte vorher den Smart. Davor hatte ich einen Mini. Davor hatte ich irgendwie so einen kleinen Porsche. Also ich bin eher derjenige, der kleine Autos mag. Für mich ist das ein riesen Auto. Platzangebot. Hinten im Kofferraum kriegt man seine Oma rein. Kriegt man vielleicht auch die Schwiegermutter rein. Also kann man nicht sagen, vorne der Thrunc oder Thrunc oder wie das Ding heißt, reicht für die Ladekabel irgendein Ladegerät für das Verbandsdreieck. Nein, für Verbandskasten und Bahndreieck hat man also auch. Da kann man vielleicht auch noch ein paar Handschuhe reinmachen. Wenn man irgendwie, keine Ahnung, oder eine Decke. Ich habe immer eine Decke im Auto, falls man mal eine Panne hat. Was bei so einem Auto natürlich vorkommen kann. Als nächstes haben wir natürlich die Fahrleistung. Die konnte ich heute gar nicht erfahren. Dafür war das Wetter einfach nicht gemacht. Es hat immer geregnet. Es hat teilweise sehr, sehr stark geregnet. Die Straße war nass. Die Autobahn war voll. Baustelle und nass. Ich probiere es dann nicht auf der letzten Rille hier wirklich alles. Aber man merkt, wenn man hier das Pedal nach unten tritt, geht massiv fast nach vorne. Kerstin hat es also auch immer so in den Sitz reingebubbelt. Sie hat dann auch nach zweimal gesagt, dass ihr langsam übel wird. Also das ist einfach phänomenal. Fahrleistungen absolut brachial. Ob ich einen Performance bräuchte, nach dem Fahren her, würde ich sagen, da reicht auch ein normaler mit Heckantrieb. Der ist auch in 5 Sekunden oder so auf 100. Das reicht für den normalen Straßenverkehr völlig aus. So, jetzt kommen wir zur Bedienung. Dieses, ich nenne es mal iPad, was hier vor mir ist, ist nicht ganz so schlecht, wie ich mir es eigentlich vorgestellt habe. Also die Tachoanzeige hier in der Mitte, man gewöhnt sich relativ schnell daran, man gewöhnt sich relativ schnell an die Bedienung. Ich finde aber, es lenkt doch schon ganz schön ab. Also auf seinem Handy darf man nicht rumspielen, aber auf diesem iPad hier darf ich rumeiern, wie ich will. Bedienung, muss ich sagen, gibt aber eigentlich überhaupt keine Rätsel drauf. Wenn man hier auf Energie und dann sieht man seinen Durchschnittsverbrauch, der war jetzt bei 19 Kilowatt pro Kilometer, ne pro 100 Kilometer, also 19 Kilowattstunden. Finde ich für so ein Auto völlig okay. Mein Smart braucht über 2000 Kilometer gemessen 14. Der hier ist 4 Smarts an Größe und 10 Smarts an Leistung. Also das muss ich sagen, ist wirklich gut, Kilometer sind wir heute gefahren, keine Ahnung, das ist blöd, weil ich weiß gar nicht, wie weit wir gefahren sind. Naja gut, das wird uns der Vermieter dann sagen. An der Stelle bedanke ich mich bei der Frau Schmidt von der Firma Hochrhein Mobility, bei der ich das Fahrzeug geliehen habe. Wenn ihr den auch leihen wollt, der Link ist unten in der Videobeschreibung. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Namen beim Leihen erwähnt. Jetzt kommen wir zur nächsten Außenansicht mit diesen 20 Zoll Rädern in weiß, muss ich sagen, ist eine geile Kiste. Also ich würde als erstes diese silbernen Felgen schwarz-matt machen und dann wäre es das aber schon. Ich würde noch ein Chrom-Delete machen und die Chromteile hier draußen weg machen. Das ist eine verdammt geile Kiste. Also das muss man schon sagen, die Optik ist phänomenal. Ich finde ihn ein richtig schickes Auto. Die Leute gucken auch, weil es gibt einfach noch nicht so viele. Aber ich muss sagen, das Design innen wie außen gefällt mir wirklich gut. Jetzt kommen wir noch kurz zu den negativen Seiten. Da gibt es schon ein paar, muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich der negativste Punkt an dem Auto ist einfach die Größe. Also das ist mir einfach viel zu groß. Also das Ding hier in die Garage zu kriegen ist echt für mich was, wo mir die Schweißperlen hier runter. Man gewöhnt sich sicherlich dran. Aber vor der Garage kann ich nicht hinstellen, weil dann steht der Arsch nämlich auf dem Bürgersteig. Und die Schulkinder mit ihren Rollern fahren mir dann wahrscheinlich die Stoßstange ab. Hier drin müsste ich die Fahrräder da vorne abhängen, weil das ist auch ziemlich eng. Ich brauche den Platz auch nicht. Wir sind zu zweit. Also mir ist das einfach viel zu groß. Was natürlich bei der Größe auch immer ein Problem ist, die Sicht nach da hinten. Also wenn man da nach hinten guckt, man sieht gar nichts. Null. Ohne die Rückfahrkamera kriegt man das Ding nicht rückwärts eingepackt. Jedenfalls ich als Kleinwagen fahre. Also Größe, Übersicht nach vorne ist okay. Da weiß man wo es ist. Rechts und links ist auch okay. Aber nach hinten muss ich sagen, überfordert mich das von vorne bis hinten. Das ist einfach so wie bei allen Autos heutzutage. Man weiß nicht, ist da hinten noch eine Stoßstange? Ist da noch irgendwas? Kriegt man bestimmt raus. Aber meins ist es definitiv nicht. Nächster Punkt ist das hier mit diesen Türen. Ich weiß nicht, ob man das hört. Von außen klingt das wie ein Skoda. Oder ein Dacia. Also das klingt nicht nach dem Auto, so wie es aussieht. Auch vorne diese Frunk-Klappe da. Die muss man entweder zu hämmern wie wahnsinnig oder man muss da so drauf rumdrücken. Also das klingt wie so ein Dacia. Ich traue mich das ja fast nicht zu sagen, aber das klingt nicht so, wie das Auto aussieht. Also die Verarbeitung muss ich sagen, Spaltmaße, Lack und so. Ich bin jetzt nicht ums Auto rumgekrochen, aber für mich sieht das alles ordentlich aus. Da gibt es gar kein Vertun. Das sieht wirklich gut aus. Aber die Akustik, also schließen der Tür, schließen vom Kofferraum, schließen vom Funk, passt für mich einfach das, was ich höre und das, was ich sehe, absolut nicht zusammen. Ja, negativ ist mir auch noch ein bisschen dieses Navi aufgefallen. Also es ist sehr hübsch, aber ich finde es nicht besonders übersichtlich, von wo muss ich jetzt lang. Und was ich fast gar nicht glauben kann, ist, ich kann keine Zwischenziele eingeben. Also ich möchte von Alpdruck nach Höchenschwand, nach Engen, nach Konstanz. So, das tippe ich in mein Smart ein und dann fahre ich da rum. Das kann das Ding nicht. Oder noch nicht, muss man wahrscheinlich sagen, weil ich kann hier nur irgendwie navigieren und gebe die Adresse ein. Zwischenziele habe ich jetzt nicht gefunden. Habe ich jetzt schnell freundlicherweise über Facebook mal kurz rumgegoogelt und gefragt. Geht nicht. Geht bei der Softwareversion hier nicht. Ich habe aber keine Ahnung, was ich da für eine Version habe. Was haben wir denn hier an Kilometern? 6.350 hat er. Und die Spiele sind super. Das habe ich vorher noch. Also das Furzkissen. Super. Also fast das Beste an dem Auto ist das Furzkissen. Also das Navi tat ich mich irgendwie mit schwer. Ich weiß nicht warum. Ich kann es euch nicht sagen. Irgendwie diese Darstellung, wo muss ich jetzt rumfahren, das Gedrehe, das lenkt mir einfach auch ein bisschen zu viel ab. Ich habe das gerne hier irgendwie. Da weiß ich, da muss man, glaube ich, ein bisschen mit warm werden. Ich, weiß nicht, bin vielleicht auch alt und altmodisch. Ich hätte gerne hier vorne irgendwie zumindest die Geschwindigkeit. Das, weiß nicht, immer da rüber gucken. Weiß ich nicht. Gewöhnt man sich garantiert dran. Aber ich hätte gerne hier so ein Head-Up-Display. Die können alles in dem Auto. Die können sogar furzen. Also werden sie wohl da irgendwie da vorne ein Head-Up-Display hinbringen. Wo man einfach nur sieht, ob man jetzt rechts abbiegen muss oder links abbiegen muss, wie schnell man fahren darf und wie schnell man ist. Das ist überhaupt ein Problem bei einem Auto. Man ist ständig zu schnell. Weil man tritt da drauf und dann ist der auf 80. Da ist mein Smart auf 20. Also man ist einfach immer zu schnell. Man hört es ja auch nicht. Man hat ja auch nicht wie beim Benziner, dass man dann hört. Sondern der Wupp und dann ist er dann auf 100 irgendwo in der Stadt. Also für den Führerschein ist das ein ganz gefährliches Auto, würde ich sagen. Also da muss ich sagen, Navi, weiß ich nicht. Wie gesagt, Bedienung super, Innenraum super, Sitze super, Größe ist nicht so mein Ding, Akustik ist nicht so mein Ding, Übersichtlichkeit ist nicht so mein Ding. Ich muss sagen, ich bin enttäuscht, wäre jetzt übertrieben. Aber ich dachte, der Thrill wäre mehr. Also das Auto ist gut, aber es hat mich jetzt nicht so gepackt, wie ich mir das gedacht habe. Also ich bin vorher in Smart reingesessen und dachte, oh, ist das schön. Hier so ein Hebel, wo man vorwärts und rückwärts einfach machen kann. Hier mit diesem komischen Hebel. Da wird man sich wahrscheinlich auch dran gewöhnen. Kein Thema. Aber einfach so auf der Straße mal kurz umdrehen. Das Ding hat einen Wendekreis wie jedes normale Auto. 11 Meter, 10 Meter, keine Ahnung. Wenn das wisst, schreibt das unten in die Kommentare. Lange Rede, kurzer Sinn. Es hat mich nicht so, es hat mich nicht so berührt, wie ich eigentlich gedacht hätte. Also nicht falsch verstehen. Ein geiles Auto. Super. Aber ich glaube, ich war vielleicht noch aus Mittel Y. Das ist auch noch ein Nachteil. Der Kofferraum, der ist riesig. Aber durch diese Klappe kriegt man da hinten gar kein Fahrrad. Jedenfalls nicht wirklich alleine rein. Mit so einer großen Heckklappe könnte man das Fahrrad super reinlegen. Also platzmäßig. Man kann da fast drin schlafen. Aber man muss halt durch diesen Kofferraumdeckel da irgendwie durch. Das gefällt mir auch nicht so. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Es ist irgendwie eine geile Kiste. Also dieses iPad hier. Ich würde es am liebsten jetzt abschrauben und mit mir reinnehmen. Aber mich hat es jetzt nicht so gethrillt, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hatte mehr Euphorie irgendwie erwartet. So. Und fahren. Lag vielleicht auch ein bisschen an diesem schlechten Wetter. Macht dann vielleicht auch nicht so viel Spaß. Wächtermodus. Zwei Erkenntnisse. Er hat irgendwie den Wächtermodus an. Wie kriege ich denn den wieder aus? Ich brauche ja keinen Wächter. Ich bin in der Garage. Da fliegen immer Vögel rum. Und dann piept der hier die ganze Nacht. Wie kann man denn den abstellen? Wahrscheinlich irgendwo da. Irgendwo muss ich den Wächter. Sicherheit. Nee. Wächtermodus. Wächtermodus an. Machen wir den mal aus. Ich brauche doch keinen Wächtermodus. Hier passiert nichts. Wir sind in Reinsbach. So. Jetzt habe ich euch, glaube ich, ziemlich viel, wie immer etwas fadenlos erzählt. Wie das so war. Jetzt mache ich vielleicht noch ein kleines Video morgen bei der Rückfahrt. Ich befürchte, das Wetter sieht nicht gut aus. Genauso wie heute. Kalt. Regnerisch. Fahren halt über die Schweiz. Da werde ich nochmal an einem Supercharger halt machen. Einfach, um nochmal zu probieren. Wie geht das? Wie einfach ist das? Weil das kenne ich ja von meinem Elektroauto. Da ist es nicht immer einfach. Weil man hat wieder nicht die richtige Karte oder die richtige App. Hier bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Rückwärts an das Ding fahre. Ist natürlich bei der Größe für mich jetzt schon wieder eine Challenge hier. Aber man gewöhnt sich da sicherlich dran. Die Kamera ist super. Also das Bild hat auch Kerstin sofort gesagt. Wow. Ist ja wie ein Fernseher. Ja. Das Fernsehbild ist echt super. So, jetzt würde ich sagen, schneide ich euch nochmal zurück. Oder ich setze den Teil ans Ende. Ich bin dann noch in der Findungsphase. Ihr müsst da ein bisschen. Das sind nicht so Videos bei 163 Grad. An der Stelle grüße ich den Oliver übrigens. Beeindruckend. Videoqualität, Schnitt, Ton, Brutal. Könnte sofort hier auf RTL, Vox oder sonst wo laufen. Abartige Qualität, abartig strukturiert, abartig sachlich. Ich ziehe meinen Hut. Das war jetzt nur so ein kleiner Einschieb. So, und jetzt schalte ich euch entweder ins Outro oder nochmal in so ein Fahrbild rein. Lass ich jetzt mal auf mich zukommen. Peace. .